Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Robin Osterrafo und ich bin ein Laie, was das Internet angeht, besonders Amazon anscheinend. Ich wollte mich entscheiden hier Amazon, weil Support ist wichtig und ihr habt ganz viele von euch gesagt, hier macht doch mal Amazon Rafflings und so. Ich habe den Wunsch, einfach so ein offenes Ding, ich weiß, dass es das gibt, die von Hooked haben, das zum Beispiel Tom und Robin von Hooked, ich raffe es einfach nicht, so ein offenes, ja, ihr geht auf meinen Link und dann kauft ihr was auch immer ihr wollt und dann kriege ich einen kleinen Teil davon, beziehungsweise Nosterrafo TV. Ich raffe nicht, wie das Ding heißt, ich weiß nicht mal, wonach ich googeln soll, ich bin einfach nur ein absoluter Fehler, was das angeht. Ich finde nur, dass du bestimmte Spiele, bestimmte Produkte oder bestimmte Gruppen verlinkt bekommst. Wonach muss ich suchen? Helf mir doch mal dabei, das wäre super nice, ich raffe es einfach nicht. So, ich glaube, ihr habt das verstanden, also einfach nur einen Link, klickt man drauf, aha, das ist der offizielle Nosterrafo TV Link und jetzt kaufe ich mir meine Sexpuppen oder Hunde oder Menschen oder irgendwelche Kinder aus Afrika oder so und mir ist scheißegal, was ihr euch kauft, weil ich möchte nicht irgendwelche Produkte promoten, wenn dann, also dann müsste ich wirklich so 1000% dahinter stehen und selbst dann fühle ich mich schäbig dabei. Deswegen hätte ich das gerne einfach so offen. Ihr versteht das schon, also entweder wisst ihr, was ich meine oder ihr wisst es nicht. Ich denke, ich werde das Video dann auch wieder löschen, aber war schön, mit euch zu reden, ganz toll, habt wieder super zugehört. Also, danke für jede Hilfe.